Freunde! Freunde, weiter geht's! Mit Mission 9 von Devil May Cry! 5! Ursprung! Bei... Davis Hicks! Booty! Jetzt war ich natürlich nicht ganz drin! Wir haben noch einen special guest ab! Sieht man denn überhaupt? Weiß ich nicht, kann ich jetzt gar nicht sehen. Auf jeden Fall sitzt hier ein... Ein Hündchen? Gold... Wie heißt er nochmal? Millimeter... So! Millimeter! Okay, so viel dazu! Dritter Meil, die Kern zurück zu Devil May Cry! Dante! Da ist er ja! Ja! Endlich nach langer Zeit Dante zu singen! So! So! Und den refrigerator! Oh Gott die Pizza! Nein, never! Uh! Cache up front! This! Wie! The water needs turning on, toaless need flushing! Water, gas, and power! Coming out of your cut! You're a real agency now! The devil may cry. Ich habe die Kreide, die sich da anhört. Ja. Sie wird 18. Aber nur, wenn du mich aus dem hellen Geburtstag rauskriegst. Ich habe die RSVP gekriegt. Ich habe einen neuen Klient. Ich werde eine Frau und Trish finden. Sie kommen in auf das. Was? Komm schon, du denkst nicht, ich kann das Geld auf meine eigene Arbeit machen? Das ist ein großer Job. Ein großer Job, Dante. Du brauchst die Hilfe. Also, was ist dein Name? Ich habe keinen Namen. Ich bin aber zwei Tage alt. Just kidding. Du kannst mich V. Okay, V. Warum erzählst du mir alles über diesen Job? Ja, ein Dämon ist vor allem, und wir brauchen deine Hilfe, Dante. Das ist ein W. Du hast eine Idee, wie viele Mal habe ich das gleiche Sprache gehört? Das ist... ...special. Special? Okay. Was ist so speziell bei diesem? Dieser Dämon ist deine Grund. Deine Reise, um zu kämpfen. Ich glaube wirklich nur noch die Mission, dann müsste er eigentlich kommen. Ich hoffe es doch mal. Ich hoffe es ist doch schwer. Also angepasst haben wir alles, also kann man direkt starten. Alles klar, das wird wieder ein bisschen Ungewöhnung hier. Aber soll ich nochmal gleich drin sein? Da musst du jetzt. Vielleicht willst du mich ja bei der Hälfte dran lassen. Ja doch. Ja doch. Will ich. Willst du das? Will ich. 15. Juni. Hä? Geht's immer wieder? Am Anfang oder was? Äh. Was? Was zur Hölle? Hast du es gefunden? Äh, ich weiß nicht was ich gefunden habe. Aber ich glaube ich habe ein paar Dämonen tanzen. Ich bin gespannt welches Schwert sie meinen. Sparta? Ja aber ob man das schon kennt? Oder meinen die Virtuels Schwert? Ist nämlich auch so eine Sache. Na ja genau. Das ist die Guillotine Dekka. Hast du gesehen? Die geht schon ab. Gleich mal alles ausgeschaltet hier. Ja stimmt mit dem habe ich wieder Devil Trigger drauf. Das finde ich natürlich richtig gut. Also ich mag ihn schon irgendwie. Aber. Ja. Die anderen sind halt cooler. Direkt vergleich. So. Yo. Was denn? Jetzt kann ich aber voll. Das eskaliert komplett. So. Ich kann jetzt nur noch mal aus dem Haus kaufen. Okay. Vielleicht soll ich nicht über den Rein in den. Alles klar. Das hat man nicht einfach... Yo. Mein Krifon ist tot. Alles klar. Das ist schon kaputt oder was. Die Uau! Huori... Fritz die oder was? Ach du Scheiße! Ah okay, man muss. Das ist doch ein komisches. Scheiße. Ich bin wieder nun drin in dem Kellner. Okay komm, machen wir gleich mal hier. Full power. Aaaaaah! Das geht mir alles hier zu sehr auf den Sack, was er jetzt hat. So. S, also mit dem kriegt man echt schnell S hier, muss man schon echt sagen. Da lebt noch irgendwas, oder? Irgendwo lebt das. Irgendwo. Jetzt hast du dann weh. Scheiße. Ah, da ist es! Nein! Ah, hier ist es gleich gesehen. Hätte ich mehr rote Steine bekommen. Egal. Okay. Gut. Gut. Da ist es gewesen. Es ist gewesen. Oha! Eine goldene Kugel. Hallo! Hey! Ich muss das schlagen. Mit Flieger töten? Vielleicht. Hallo! Die giadtiert schon. Krass, Alter! Wut 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 wut. Ich dachte... Ich hätte ein paar neue Techniken oder nicht? Geht das schon ab? Definitiv. Aber meinst du echt? Er ist Böse? Ich glaub auch, aber man kann ihn halt spülen, ne? Ja, nix Neues. Warum will der Sparda das Schwert bitte? Ja, das frage ich mich auch. Um irgendwas zu tun zu stellen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Aber er hat in irgendeinem Part gesagt, dass Nero es führen könnte. Hat er was böses mit Nero vor? Ich weiß es nicht. Jetzt, Mann, wie komm ich denn da ran, ne? Wie kannst du ja irgendwie weitergehen? Scheiß doch auf die Golde gucken. Ja, scheiß ich drauf. Nein, ich kann irgendwie nicht weiter. Okay, da kann ich glaube ich nicht. Ich glaube, da muss ich noch irgendwas erledigen. Aber was? Ja, das ist die Frage. Oder kann ich irgendwie... Nee, nee, nee. Ja, ich glaub, ich kann auch nichts zerschlagen, ne? Nein, mein Glückwunsch. Ja, gut, dann gehen wir mal zurück. Da, was ist da? Was ist da? Ah, hier ist was. Da geht's rein. Siehste... Ah, egal. Da müssen wir hin. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Na gut, wir werden eh noch hier goldene Kugeln. Ich wollte sehr gierig sein. So eine goldene Kugel kostet doch gar nicht viel, oder? Weiß nicht. Dann hab ich jetzt nicht mehr im Kopf. Oh, den müssen wir töten. Hey, bleib stehen. Geht viel Money. Nein, es gibt immer so viel Money, ne? Es gibt echt viel Money, das zieht. Gut, Alter. Oh, noch einer. Ich glaub nicht noch einer. Alles klar. Oh, geh mal her damit. Geht mal her damit. Geht mit. Was hat hier das Vieh? Bleib stehen! Zau dem ab. Ich glaub nicht, die Kilo Schiene ist am Film. Ah, das Vieh. Oh. 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 Zeit verlieren. Nein, jetzt hab ich ja wieder nett. Nein, 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 so ne Scheiße. Dies ist krass die Technik. Bei ihm finde ich halt wirklich, dass die Schuss war für cooler. Also der Krüfer halt. Die geht halt echt böse ab. Also ich hab' ich die erledigen muss. Ich mach's einfach mal nicht. Ich verschwend' irgendwie ein bisschen Zeit. Mit dem ganzen Mist hier. Als wenn's so ne Wand aufklaucht, dann musst du. Was? Alles klar. Ich glaub du bist runter gefallen. Bin ich echt? Ich glaub du bist runter gefallen. Oder? Nein. Nein, nein, hier muss ich hin. Aber da oben war was. Oh. 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 Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Zwei Andelos. Das ist doch gar kein Andelos. Ist doch Andelos oder nicht? Ein trilogie Andelos. Oder? Nein. Das ist Andelos. Ja. Au, ja. Nein, sein Schilder. Ja, der hat dieses heftige Schwert. Uuuuuh. Der hat zwei Anschluss, das ist eine neue Herausforderung. Eeeeeehh. Er hat halt mal deinen... Ja, stimmt. Ich hab mal Zeit, dass er wieder kommt, der nighty... Nightmare. Mach was du am besten kannst. Ich kann einen Anschluss kippen. Ja, ob er jetzt hier ringen tut, weiß er nicht irgendwie. Den Fall hast du nicht. Das ist... Jetzt ist er wieder weg. Ich hab die ganzen Techniken... Aua! Klasse, der hat einfach meinen Panda gekillt. Ja, die kommt ja wieder an den Strand hier. Alles klar, jetzt ist beides tot. Völlig machtlos hier. Klasse. Weiß er das? Ja. Guck mal kurz leben da hinten. Könnt ihr jetzt bitte mal wieder leben? Bitte schnell leben. Ah, jetzt hat er lebt. Ah, Prüfung lebt, oder? Da gibt's der Panda. Ja. Außer Flärde jemanden jetzt. Ich hab irgendwie null Techniken drauf, Alter. Rauch die Scheiße. Der hat eben schon mal die 7. Auuuch. Kann schon mal ein Hund. Jetzt kannst du auch wieder den machen. Ich geh mal L2 und die 4, ey. L2 und die 4? Mach das dann die Kombo, oder was? Äh... Das sind schon... Aua! Aua! Arzt gar. Nichts vorbei. Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er kaputt. Ja ja, das ist 2 kaputt. Aua! Oh, ey, das ist alles klar, willst du mich verarschen? Das ist doch ein Angelo, Mann. Ah, lass mich dir noch killen, Alter, du dummer Angelo. Der ist doch auch recht gut. Ja, Gott sei Dank. Und der hat einen Panda gekillt. Ja, Angelo, du gehst mir das zu auf den Sack, Alter. Und der hat halt vorgegeben gequillt. Was ist denn los hier? Ich schwöre, ich mag ihn irgendwie doch nicht so. Doch, nicht so. Ich meine, wie? Ach so, wie? Ja. Weil, wenn man die Tiere kippt, dann kannst du echt nichts machen, Mann. Das ist voll für den Arsch. Ja, geil, ey, ich gegen Angelo. War das gleich vorbei. Jetzt. Jetzt verlebt. Grüf und, nee. Jetzt sehen wir beide. Oh, jetzt halt die Fräse. Meine Fräse. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Die Schnauze voll von dem, ey. Okay, dann machen wir das mal hier, ey. Heavy, heavy, heavy. Das ist der Trigger. Oh, ja. Was sind meine Viecher? Oh, ja. Was sind meine Viecher? Das war dann ein lieben Mutti. So. Das ist mein Thunder. Ah, der ist ja stolz. Bau Leben. Also bei der ersten Mission hab ich echt gedacht, der ist fucking overpower, der Typ. Aber irgendwie, wenn wir jetzt Nero schon krassere Sachen gekauft haben. Ja, mit dem kann man einfach draufkloppen. Also ich mich gerne interessieren, für die Leute, die das gucken. Wer ist mit dem Char vertrauter als mit Nero? Kann ja sein, dass es Leute gibt, die den lieber spielen. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Na ja, egal. Nightmare. Ich hab ihn auch nicht. Naja, das ist kein spektakuläres Kämpfen irgendwie. Null. Überhaupt nicht. Dann lässt er einfach die Tiere töten und irgendwann muss man abstechen. Und wenn dein Tiere getötet, du kannst gar nichts machen. Ja, man stehst bitte da. Oh Alter, ich hab mich so gefreut auf Damsin, man. Ja echt so, jetzt haben wir uns echt gefreut auf Damsin, dann müssen wir nochmal ihn spielen. Also wir haten ihn jetzt nicht oder so, aber wir mögen es nicht so ganz, ihn zu spielen. Lieber die Schwertkämpfer. Ja, nicht so die Fernkämpfer. Ah nein, mit der Nara.